Hallo zusammen, ich bin Darko von AKT mit Spaß und heute geht es darum, wie schnell kann man so einen Billigrill aus dem Baumarkt, 8,99 Euro, zusammenbauen und zwar mit einem Phasenprüfer und begleitet durch eine Stoppuhr. Also, es geht los. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Fertig! 12 Minuten 15 Sekunden. Also, in 12 Minuten 15 Sekunden, ein Billiggrill aus dem Baumarkt für 8,99 Euro zusammengebaut, gar nicht so schlecht, allerdings fehlt eine Schraube, weil ich die Mutter verloren habe, die liegt hier irgendwo, ich schau mal gleich noch nach, wenn es euch gefallen hat, ein paar Kommentare hier unten wurden mich freuen, Ansonsten einfach Video liken, beziehungsweise meinen YouTube-Kanal subscriben, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!